Ja, da war auch nicht so viel Regen. Wenn man da so viel Regen nimmt, dann ist es matschig. Aber da ist nichts ungeändert. Die Schäute ist da, die Garage haben sie nicht was gemacht. Und Norbert hat jetzt aber ein Kleckler oder so. Das schaut aus wie ein Zäger. Am billigsten Garage hat er auch noch gespackst. Aber was hat denn Norbert gemacht? Ja, aber nichts. Zwar nicht mal Braschein, dann hat er auch gebraucht. Dass er dann mehr Platz hat. Da ist das Ungegeltrad. Der Wachtreiste ist da, der Lager im Transit. Wie ein Auto. Über einen Koren ist da. Dann haben wir auch noch das Bauer. Die Bauer ist im Saal. Und es heißt Dorn. Der Wachtreiste im Saal. Der Wachtreiste ist hier ums Leben. Untertitelung des ZDF, 2020